Ein Miner, 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 und da haben wir doch eine Fresse. Du hast das schreckliche, schreckliche Kreatur, Varkazir. Ich konnte es in deinen Augen. So, Faden. Jetzt muss ich Lutz Matzer den Fiendisch umbringen. Dann machen wir das mal. Ich bin ein bisschen überwältigt, Freund. Brink ist tot, mein Master ist verloren. Ich fühle mich auch für deine Korruption. Das ist richtig. Ich hoffe, dass du jetzt die Korruption von dir auswählen möchtest. Find die Lutz Matzer-Library. Seine Noten müssen da sein. Akzepten wir das mal. Und speichern wir mal ein bisschen zwischendurch. Ach, geht ja gar nicht. Wird wahrscheinlich immer automatisch gespeichert. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung zum Spiel. Und spiele einfach mal so drauf los. Richest Man in Town. Ja, das sehe ich an der Profimütze, die du auf hast. The best treasure you find in there. You can keep any gold and weapons for yourself. Das hört sich gut an. Was soll's. Sterben halt. Wir sind ja nur jung. Verkauft habe ich. Oh, Level 5. Das trifft sich ja gut. Das trifft sich auch ganz gut. Und das habe ich auch ganz gut getroffen. Und jeder hasst Bogenschützen und Magier. Darum beides schnell verprügeln. So wie die Nachbarskinder. Oh, mein Held ist low. Da tanken wir mal schnell ein bisschen nach. Die sind schon ein bisschen knackiger hier. Na gut. Vielleicht nicht, weil ich auf Easy spiele, aber... Es ist ja der Wille, der zählt. Außen komme ich so schneller durch. Und ihr seht mehr vom Spiel. Also schneller. Muss man ja immer das Gute sehen. So. Da ist noch ein Schlumpf. Ich hab's noch mit dem Schlümpfen. Der hat eine schlechte Verdauung. Das ist nicht so schön. Huch. Miss P. Tralala, tralala, welch Übel wartet hier. Da wohnst du 400 Jahre in deinem hübschen Verlies, kommt irgend so ein Assi vorbei und macht dich tot. Vielleicht sind die ja nett hier alle. Ich mein, ist ja hübsch eingerichtet. Kommt der nicht von ungefähr. Oh, und da sehe ich schon einen... fiesen Möpp. Also. Ach na ja, was soll's. So fies ist der gar nicht. Guten Tag, ich möchte mich vorstellen. Ich bin der Typ, der dir sieben Gold und deine Schuhe klaut. Die Freundin spann ich dir nicht aus. Die ist mir zu dünn. Fliegt da unten irgendwas rum? Oder sind das nur Schatten? Ich könnte schon hier so gar grad was, aber da war wohl doch nix. Ach, der ist ab. Na? Hallöchen. Guten Tag. Auch hier nochmal. Man kann ja auch höflich sein, wenn man hier so in die Bude eindringt von den Leuten. Und die ihnen irgendwie die Klamotten klaut. Jeder möchte Stiefel haben, die schon seit tausend Jahren an Zombie-Füßen verrotten. Echt. Und? Komm her. So. Stinkende, abgelatschte Zombie-Panteletten. Ist ja ekelhaft eigentlich. So, jetzt geh ich hier mal direkt rein und mach nochmal den. Ach, der ist schon mal so'n Obermlupp. Schön. Du hast gewonnen. Ah. Komm ich jetzt in ne Chart? Tome of Revelation. Mein Inventor ist voll. Na super, ey. Ist ja so der Obertyp, so ein Destroyer und kann irgendwie nur 3 Gramm 50 tragen. Stell ich mir so'n Typ vor, der jeden Tag ins Fitnesscenter gibt und seiner alten Mutter nicht mal irgendwie ein Stück Margarine aus dem Supermarkt schleppen kann. So, Identify, Identify, Identify. Ich bin so frei, Identify. Was haben wir denn da? 5 Amor statt 7 ist nicht so schön. So im Groben gesprochen. Was haben wir hier? Tunik. Die Tunika-Oase. Aber eine schöne Axt. Die nehmen wir mal statt dem, statt dem, statt dem, statt dem, statt welchem denn jetzt? 4% Faster, 49. Ach komm. Ach komm. Was solltet? Ist doch egal. Ist doch nur ein Spiel. Und als solches werde ich... Achso. Werde ich auch jetzt mal schnell einen Town-Portal benutzen. Was? Also jetzt geht doch kein Town-Portal gerade. Ach komm, dann schmeiß ich immer so'n alten... Gamoschen weg. So. Kompleted. Kompleted. Natürlich. Und da unten sich doch schon so'n Obertypen rumsausen. Ja, was wird das denn? Da schleicht sich doch einer an. Das sehe ich doch bis hier. Da schleicht er sich wieder zurück. Dann machen wir doch erstmal den. Na super. Dann auch gleich ein Mimic noch. Heule doch. Na. Äh. 14 Gold. Mann, Mann, Mann. Das wünscht man sich doch auch zu Hause. Einfach mal irgendeine alte Blumenvase ummöbeln. Da sind irgendwie 14 Gold drin. Und hier kann ich wieder was ganz Tolles machen. Und zwar... ...hab ich einen Point Remaining. Nehme ich mal nochmal auf Dual-Wielding. Weil ich das so gerne mache. Oh, die Ex ist noch Single. Könnte ich vielleicht noch ein zweiter Ex vorstellen. Ha, 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 witzig. Kann ich jetzt nach Hause? Ach, kacke, ey. So, mal eine Potion hinfort. Was immer das ist, ich nehme es mit. Wahrscheinlich kommen jetzt die Mega-Gold-Schätze und ich kann nichts mitnehmen. Oder gleich kommt das Portal nach Hause. Bewacht von dem Elite-Typen hier.